der fluch hier von hier frankfurt nach dschungelcamp hier sind die da hier war der horror der horror ich bin noch nie so ein scheiß geflogen wie da das ging hoch und runter ich hab gedacht das ding das geht abwärts hier ich hab gedacht das dschungelcamp da komm ich nie mehr ein in australien ich weiß nicht was da los war ob der eingetankt hat den pilot hier oder was hier oder welchen wind oder hatte die achten stamm da was weiß ich hier die ganze zeit hier ich hatte ja vorher noch ein bisschen was gefrüchte ich hier am flug oder bis sie so croissants gegessen und so ein bisschen kaffee ich habe gedacht die ganze scheiße kommt mir wieder hoch hier ich bin mal gespannt hier auf die andere habachs hier was abgeht hier mit dem scamp hier du ich habe ja auch mal geguckt hier so heimliche bis die kagalake prüfungen getestet daheim hier durch habe geguckt hier wo finde ich hier noch kagalake jeder und dann hier habe ich ein bisschen probiert naja mein geschmack ist nett aber gut also wir sehen uns hier bis dann hier und viel spaß beim dschungelcamp hier bis dann macht gut hier was scheiße